Ich finde, wir sollten den Slogan unserer Stadt ändern. Dein Ort, um nach Hause zu kommen, ist missverständlich. Besser wäre, hierher kommst du immer gern nach Hause. Wir brauchen einen Übergang auf der Trent Avenue zwischen der Frost und der Allegheny. Und außerdem... Oh Mann. Hat ein Ufo neulich Nacht in meinem Garten die Azeleen ruiniert beim Absturz. Die Vogeltränke ist mit draufgegangen. Wenn Sie so reden, dann nehmen die uns noch weniger ernst als sowieso schon. Sagten Sie gerade Ufo? Oh Gott, verflucht, was ist das? Ich hab da von dem Raumschiff erzählt. Da kam der kleine Mann raus. Das darf niemand erfahren. Du sagst es keinem Menschen. Darf ich ihn antun? Sie hätte ihn nicht sehen dürfen. Der Zug ist abgefahren. Wir können ihr nur vertrauen. Oder wir töten sie. Wie bitte? Ihr werdet mich nicht töten. Eher bringe ich euch um. Schluss damit! Was hältst du von dem Namen Jules? Er ist kein Jules. Für mich ist er Gary. Ihr Dad hat gestern massenhaft Äpfel gekauft. Er meinte, sie sind für einen Alien. Vielleicht sollte das ein Witz sein. Danke für die hübsche Zeichnung. Ihr meint immer dasselbe. Vielleicht will er dir damit was sagen. Dad, was soll das? Ich mach mir Sorgen. Du verhältst dich komisch neuerdings. Denise, mir fehlt nichts. Und warum sagst du dann, du kaufst Äpfel für ein Alien? Die Behörden suchen nach Überresten eines abgestürzten Aufklärungssatelliten. In jedem Moment, der vergeht, wächst die Gefahr, dass sie ihn finden. Du kennst doch die Filme. Du weißt, was sie mit diesen armen Wesen machen, wenn sie hier landen. Jude ist mir unheimlich ans Herz gewachsen. Es ist wegen Dad. Er kauft Äpfel für ein Alien ein. Department für nationale Sicherheit. Machen Sie auf. Sie kommen. Wir sind schon so ne Art Vierer-WG. Ich find's gut. Wir sind dir so dankbar. Wie bitte? Heute schnappen wir uns unsere Ferngläser und richten sie auf A Great Place to Call Home. Ein herzerwärmendes Filmjuwel, das ab dem 1. Februar 2024 die Kinoleinwände erleuchten wird. In diesem charmanten Streifen von Mark Turtletaub, dem Meister hinter Little Miss Sunshine und The Farewell, erleben wir, wie Sir Ben Kingsley, Harriet Sansom Harris, Jane Curtin und Jade Kwan in einer Kleinstadt in Pennsylvania ihr Leben leben. Bis, ja, bis ein Ufo in Miltons, gespielt von Kingsley, liebevoll gepflegt im Blumenbeet Bruch landet. In A Great Place to Call Home dreht sich alles um die kleinen Freuden und großen Herausforderungen des Lebens in einer verschlafenen Gemeinde. Milton, ein kauziger Witwer, dessen Tage zwischen Gartenarbeit und Gemeindetreffen dahin plätschern, erlebt die größte Überraschung seines Lebens, als er mitten in der Nacht von einem lauten Krach geweckt wird. Die Quelle, ein Ufo, das sich unerlaubt in seinen Azale niedergelassen hat. Aber dieses unerwartete Ereignis ist erst der Anfang einer Reihe von turbulenten und herzerwärmenden Geschichten, die uns zeigen, dass das wahre Abenteuer oft direkt vor unserer Haustür beginnt. Mit viel Witz und einer großen Portion Wärme entfaltet sich eine Geschichte über die unerwarteten Wendungen des Lebens und die Bedeutung von Gemeinschaft, Freundschaft und einem offenen Herzen für die ungewöhnlichsten Begegnungen. Die Besetzung des Films, angeführt von der lebenden Legende Sir Ben Kingsley, verspricht eine eindrucksvolle Darbietung, die uns einmal mehr daran erinnert, warum wir ins Kino gehen. Um zu lachen, zu weinen und uns für eine Weile in eine andere Welt entführen zu lassen. Kingsley, dessen Filmografie von Gandhi bis Iron Man 3 reicht, zeigt hier wieder einmal, dass er ein Meister seines Fachs ist. A Great Place to Call Home ist mehr als nur ein Film. Es ist eine Einladung, das Leben in all seinen Facetten zu umarmen, die kleinen Momente zu schätzen und sich von den überraschendsten Ereignissen inspirieren zu lassen. Also, markiert den 1. Februar 2024 in euren Kalendern, denn dann startet dieses außergewöhnliche Abenteuer in den Kinos. Bis dahin, haltet die Augen offen, wer weiß, vielleicht landet das nächste UFO-Jahr in eurem Garten. Tschüss und bis zum großen Kinostart am 1. Februar 2024.